Heute ein wichtiges Video für alle Betriebsräte, insbesondere in kleineren und mittleren Unternehmen. Es geht nämlich um die Größe des Betriebsrats und da hat das Bundesarbeitsgericht eine richtungsweisende Entscheidung getroffen und eine Frage beantwortet, die ich mir ehrlich gesagt auch schon öfter mal gestellt hatte. Die ist jetzt geklärt und was das bedeutet, sage ich euch in diesem Video. Und für die Leute, viele von euch, die auf dem Kanal sind, für die geht es ja auch ein bisschen darum, dass sie den Arbeitgeber verlassen wollen, aber möglichst noch eine hohe Abfindung mitnehmen wollen. Und da hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, Betriebsratsgründung ist ja vielleicht da nicht die schlechteste Idee, um zum einen den Arbeitgeber so ein bisschen dazu zu bringen, dass er einen wirklich loswerden will und dann auch bereit ist, Geld zu verdienen. Zum anderen aber auch, wenn das nicht klappt, einfach für das Unternehmen und für die Belegschaft, für die Kollegen bessere Bedingungen zu erzielen. Und ich sehe das immer wieder hier in meinen Verfahren, wenn es um Kündigungen und Beendigungen geht und gerade wenn es größere Geschichten sind, also wenn wirklich der Arbeitgeber massiv Stellen abbaut, dann ist es einfach von Vorteil, wenn man einen Betriebsrat hat. Es darf natürlich nicht so ein Arbeitgeberbetriebsrat sein, der sowieso auf Seite des Arbeitgebers ist, also Augen auf, wen man da wählt, aber schon vorteilhaft. Wenn dich das interessiert, schau mal unten dir dieses Video an, was du in der Beschreibung findest. Da habe ich das nochmal verlinkt. Und ansonsten jetzt hier mal zu diesem Urteil. Hast du dich eigentlich selber mal gefragt, was eigentlich ist, wenn es nicht genug Leute für den Betriebsrat gibt und man trotzdem einen Betriebsrat wählt und sagt, naja, eigentlich müsste unser Betriebsrat drei Personen sein, aber wir haben nur zwei, dann wählen wir halt diese zwei. Und wenn der Arbeitgeber das mitmacht, das ist alles okay, dann sieht den als Betriebsrat an, der agiert als Betriebsrat, okay. Aber was ist, wenn der Arbeitgeber sagt, nö, ich fechte das an. Das sind ja gar nicht genug und ich halte diese Betriebsratswahl für rechtswillig oder sogar für nichtig. Nichtig bedeutet ja, der Betriebsrat wurde überhaupt nicht gewählt quasi. Ja, also der ist einfach quasi nicht da. Seine Handlungen sind irrelevant. Ja, das kann ja sehr weitreichende Konsequenzen haben, Betriebsvereinbarung unwirksam und so weiter. Genau das, also diese Nichtigkeit, hat hier versucht, einen Arbeitgeber feststellen zu lassen und der hat es damit bis vor das Bundesarbeitsgericht geschafft. Und das Bundesarbeitsgericht hat jetzt eine Entscheidung getroffen, die jetzt, sage ich mal, für die nächste Zeit diese Frage eindeutig beantwortet, und zwar im Sinne der Betriebsratswahl der Arbeitnehmer, die ihren Betriebsrat wählen wollte. Gibt es nämlich weniger Kandidaten als Betriebsratssitze, bewerben sich bei einer Betriebsratswahl, das ist hier die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, die Pressemitteilung erstmal, bewerben sich bei einer Betriebsratswahl, weniger Arbeitsnehmer, um einen Betriebsratssitz als Betriebsratsmitglieder zu wählen sind, kann ein kleinerer Betriebsrat errichtet werden. Also Voraussetzung ist natürlich, dass es insgesamt weniger Bewerber gibt. Ja, sonst nicht. Man kann jetzt nicht sagen, ach, die gefallen uns nicht, wir wählen ein paar weniger und die anderen lassen wir weg. Das geht alles nicht. Ja, also so eine Manipulation wäre auch sehr grenzwertig. Aber wenn man eben insgesamt weniger sich überhaupt bewerbt, also wenn man nicht genug Bewerber hat, dann ist der trotzdem gewählte Betriebsrat ordnungsgemäß Betriebsrat und nicht etwa die Wahl, die Wahl ist nicht etwa nichtig. Vielleicht gucken wir uns dazu nochmal ganz kurz an, wie groß eigentlich so ein Betriebsrat sein muss. Dankenswerterweise hat das Bundesarbeitsgericht hier nochmal Paragraf 9 Betriebsverfassungsgesetz zitiert, ja, bei 5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern, es gibt hier Videos von mir auf dem Kanal, kannst du auch nochmal in der Suchfunktion gucken, was ein wahlberechtigter Arbeitnehmer ist. Ja, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber 5 bis 20 eine Person, also du kannst schon bei 5 wahlberechtigten Arbeitnehmern Betriebsrat wählen, interessanterweise. Viele denken, das ist wie beim Kündigungsschutz, geht erst ab 10 los. Ja, nee, ab 5. Bei 21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern 3 Mitglieder und dann 51 wahlberechtigte bis 100 5 Mitglieder und dann 101 bis 200 aus 7 Mitgliedern und so weiter. Wenn du jetzt noch ein größeres Unternehmen hast, dann weißt du, dass normalerweise auch die Betriebsräte, die sind da schon fit, ja, hast dich schon schulen lassen. Ansonsten schau nochmal im Neuen konkreter nach. Hier kann man jetzt aber sagen, die Frage ist damit jetzt aus meiner Sicht abschließend beantwortet und wenn du also jetzt selber so etwas für dich nutzen willst, entweder weil du wirklich einen Betriebsrat in die Welt bringen willst oder weil du das vielleicht für andere Dinge nutzen willst, dann schau dir dazu mal die Videos an, die ich dazu gemacht habe. Zum einen gibt es Videos, wie man da vorgeht, auch zum Kündigungsschutz, den man sofort hat, wenn man so eine Wahl initiiert mittlerweile, also alles gut abgesichert. Schau dir diese Videos an und dann wirst du wahrscheinlich Mut bekommen, loszulegen. Und wenn du noch Fragen hast, schreib sie unten runter und abonniere den Kanal und bleib hier auf dem Laufenden.